ja hallo hallo ich habe wieder neue resin figuren für meinen online shop und ich dachte ich zeig dir gerade mal kurz sind wieder so fantasy women aber dieses mal letztes mal waren es ja vor allem so zauberer und sowas wo ich sage ja ok ich verstehe dass damit jeder was anfangen kann diesmal sind es bei so kriegerinnen vor allem und die zeigt mir gerade mal einmal so spontan hat auch so ein spartaner logo die gibt es einmal mit offenem visier und einmal mit geschlossenem visier die hand hier am schild leist ein paar bei der kaputt gegangen ist die handle abgebrochen aber dann leider so dann haben wir hier es war schwierig die alle hinzustellen deswegen sind bush verheddert so eine kreuzritterin oder was nennen damit großen schwert die hieb das war ich so eine wikingerin nachgefunden jetzt godieren soll damit man die haxige sichter besser kennen aber auch den raumenswert kann man sich irgendwas brauchen dann ein bisschen mit bogenschützer frauen bogen kann ich auch für alles mögliche brauchen ist die schärft aber ja aber hier ähnlich wie letztes mal ich habe so eine feuerhexe die für augen verbunden gehabt dies ganz ähnlich bei der feuer auf beiden händen was ich ein bisschen schade findet die feuerhexe hatte noch eine ganze menge gebandelt gehabt so am gürtel dass wir das jetzt auch haben können das jetzt cool gefunden wird einfach die feuerhexe auch einfach ohne die augenbinde genommen aber gut warum nicht ganz was magierin oder wie gesagt feuerpriester habe ich es genannt dann haben wir so wikinger mit schwert und alles die könnte mache ich für alles mögliche wenden auch was weiß ich wenn ich jetzt also sicher im mittelalter oder egal was ich baue der zweiten weltkrieg baue könnte ich als statu eben auch so dort platz setzen zum beispiel oder so was könnte mir da auch machen von der von der pose her genau krieg ich sage ich will den kriegerdenkmal bauen als germania oder sowas obendrauf setzen dann das ding ist alle tot das ist in ägypten da gibt es ein paar mehr die haben mir so gerade das hat man das war mir am besten gefallen also kleopatra also wer etwas bauen möchte dann wissen da ist die figur bestimmt nicht verkehrt oder was ist ich auch wie für palle mal so ein pallas pallas und folterkeller gebaut ich wollte im palast bauen dafür wird jetzt auch nicht verkehrt und dann letztes ich habe auch noch eine piratenfigur die zeit jetzt aber nicht extra die ich gerade aus dem die wird mit der struktur support geliefert weil die recht empfindlich ist und zwar das ist eine schwertkämpferin die gibt es auch mit weniger kleidung aber ich muss mal schauen wo ich die will oder ein anderer pose oder so ein paar von varianten davon arbeiten aber es hat damit mit dröckchen sozusagen und schwertchen und schwertchen ist ein bisschen das falsche wort riesengroß gesagt habe ich jetzt befürchtet wenn ich es rausnehmen dass das bricht da bin ich nicht so gut drin leider gut könnte ich jetzt auch verwenden erfahrt sich wohl auch als 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 denkmal irgendwo das so was man ja mal schauen was wir damit machen können ja ich denke ich werde vielleicht ein zweimal bemalen aber großen ganzen gibt es jetzt im shop ich mache einfach mal einen link wieder drunter bis dahin tschüss tschüss